Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario & Luigi Dream Team Brothers. Wir haben das vierte Dös-Teil im letzten Part erhalten. Und jetzt fehlt nur noch eins hier am schlimmen Strand. Es soll sich irgendwo eine geheime Höhle befinden. Und ich sagte, ja gut, ich gucke mal ein bisschen auf Screen. Und wenn ich was finde, dann starte ich da den Part und erzähle es euch. Und ich habe tatsächlich was interessantes gefunden. Und zwar, wenn man auf die Karte guckt, da gibt es einen Weg, den wir noch nicht gesehen haben. Und da will ich jetzt mal ganz schnell hinlaufen, ohne bei Gegnern irgendwo reinzurennen. Auf die habe ich nämlich keine Lust. Wir haben eh hier, glaube ich, schon alle Bonusaufgaben erledigt. Daher, hier hinten gibt es nämlich noch was. Und da muss es sein. Ob das hier wohl die geheime Höhle ist, von der diese Steintafel bespricht? Bestimmt, sieht auf jeden Fall schon mal sehr geheim aus. Ah, da oben, gesundes Zeichen. Da steht, sprich die geheimen Worte, so du ein Lass begehrst. Sehr schön, versuchen wir es mit den geheimen Worten, die auf der Steintafel stehen. Kissen, Wissen, Abgerissen. Okay. Passiert irgendwie nichts. Jetzt schaut mich das nicht so an. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Oh. Passiert doch was. Oh je, das ging schnell und einfach. Sie hat sich geöffnet. Ich habe es doch geahnt, die geheime Höhle. Los, gehen wir rein, finden wir den Schatz. Alles klar. So. Ähm. Das Tor hat sich geöffnet. Sie haben was von einem Schatz gesagt. Glück gehabt. Das ist unsere Chance. Wer spricht da? Oh, die Krebse. Die Krebse, die gab es in Penne Minde. Aber wir haben die nicht häufig gesehen. Und sagen wir es mal so, auch in die Bonusaufgabe gegen die Krebse haben wir auch gar nicht geschafft. Also das ist lange her, seitdem wir solche Krebse hatten. Die gibt es jetzt in einer stärkeren Version. Die stärkeren Version. Interessant. Gut. Also Mario scheint schon mal schneller als die zu sein. Das ist ja schon mal ganz nice. Und. Ja, dann, dann, dann. Die können nicht viel ausrichten anscheinend. Die sind immer noch schwache Gegner. Sehr, sehr schwache Gegner. Leider kriegen wir dafür nicht die Bonusaufgabe erfüllt. Weil die nicht angreifen. Die müssen einmal angreifen, damit wir die Bonusaufgabe schaffen. Äh. Und weiter die Viren. Also die Viren, die scheinen wirklich überall zu sein. Bei jeder, bei jedem Dös-Teil. So, was haben wir denn hier so schönes? Wir könnten. Oh ja, das, das sieht sehr gut aus. Wir könnten den Blauen da unten links, ähm, zu Gelb machen. Nach Rot kommt Blau, nach Blau kommt Gelb. Also, den hier. Und damit können wir schon mal die ganzen Gelben zerstören. Und ein paar Rote auch dazu. Und ein paar Blaue auch. Yes. Guck mal, guck mal. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir nur noch schnell ausweichen. Das war so. Gar nichts. Das sah schon besser aus. Ach so, der geht weiter zu Luigi. Ja mein. Oh, weg mit dir. Ja gut. Aber dennoch, ja. Hm, was machen wir? Nach Rot kommt Blau, nach Blau kommt Gelb. Ich würde einfach mal sagen, ich mache den hier schon mal rot. Und greife jetzt mit Mario mit irgendeinem, ja, mit, mit dem roten Panzer mal an. Ändern die jetzt nach jedem Schlag mit dem roten Panzer auch die Farbe? Ja tun sie, okay. Sonst hätte ich, ich hab, ich hätte sonst so gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht alle besiegt bekomme, dann kommt vielleicht die Attacke, wo ich die mit dem Hammer so holen muss und wo die so gestapelt werden. Wenn da alle drei die gleiche Farbe hätten, dann hätten, wären alle drei aufgelöst gewesen. Aber nein, tat es leider nicht. Genau die Attacke meine ich. Jetzt fehlt halt der dritte Part. Oh, schön. Hallo? Dann komm her. Wir wollen ja nicht so lange spielen hier. Gut, dann besieg ihn. Danke. 50 KP, genau, Schaden. Und dann die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit. So, wie sieht denn die Höhle jetzt insgesamt aus? Ich zoome mal ein bisschen weiter rein. Alles klar, hier oben scheint nix besonderes zu sein, außer vielleicht ein Item. Ne, eine 50er Münze, alles klar. Ja, ist auch in Ordnung. Und dann gibt es dort links drei Wege. Drei Wege. Aber erstmal noch einen Gegner. Dann besiegen wir erstmal den Gegner schnell. Das geht ja wirklich schnell. Okay, drei Krebs haben wir dieses Mal vor uns. Ich könnte reintodig direkt irgendwie einen roten Panzer drauf jagen auf die. Wenn die jetzt schon keinen Schutz haben, dann drauf da. Keine Gnade mit den Gegnern. Jo. Und dann dich hier noch weg. Yes. Das war schön, das war schön, das war schön. Nochmal einige Erfahrungspunkte. Also bei den Viren kriegen wir nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Aber bei denen hier schon. Bei den Gegnern schon. Na? Ist auch in Ordnung. So, und hier ist wieder eine Verbindung dann zu den anderen Seiten. Kann ich das hier? Nein, kann ich nicht. Hätte ja sein können. Bedeutet, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich die Brücke aktiviert bekomme. Und der Scheiter dafür ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, würde ich mal schätzen. So, her damit. Erster Angriff ist bei den Krebsen. Sehr wichtig, damit direkt die Nüsse weg sind. Also so viele Nüsse und dann nur zwei Krebse. Sehr interessant. So, was machst du jetzt? Holst du neue Nüsse? Ja. Wenn es Nüsse sein sollen. Aber ich würde mal schätzen, es sind Nüsse. Oder? Oder was? Oder vielleicht... Ja, Kokosnuss ist auch eine Nuss, oder? Ja, Kokosnuss wäre meines Wissens auch eine Nuss. Heißt ja Kokosnuss. Also ja. 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 Genau. Gut. Wir könnten mit Mario da erstmal rein. Das machen wir mal kurz. Achso. Da geht es hier jetzt auf diesem Mitteweg lang. Oh, Mario und Luigi mal beide aus in zwei verschiedenen Screens. Das ist auch selten der Fall. Dass beide in zwei verschiedenen Screens drin sind. Wenn ich jetzt B drücke, dann kann ich mit Luigi nichts machen. Auch hier nicht. Also ich muss zwingend mit Mario zurückkommen, damit ich mit Luigi wieder was machen kann. Alles klar. Ja, lassen wir mal Mario ein bisschen platt gedrückt. Hab jetzt keine Lust, das wieder rückgängig zu machen. Den Hammer auswählen und damit den Sprung auswählen ist immer so eine, so eine, ach, bisschen ätzend. So, Ultra-Pilz und dann kann es jetzt zurückgehen. Und die Brücke ist wieder hergestellt. Bedeutet, wir können weiter. Mal gucken, wie lang diese Passage hier überhaupt ist. Ich vermute mal, die wird jetzt auch nicht so lang sein. Vielleicht kriegen wir heute schon das letzte Döster. Und ich mag diese Lampe da. Die ist cool. War es in der ersten Angriff? Ja, es war in der ersten Angriff. Das war sehr interessant gerade. So, wieder zwei Stück. Ja, komm. Ramo Krebs. Zack. Erholt wieder. Die greifen halt auch einfach nicht an. Die greifen nicht an. Das ist das Problem an der Sache. So gerne ich den auch ausweichen würde. Ich habe noch ungefähr dunkel, so ein bisschen das Angriffsschema im Kopf. Aber, ne, keine Chance. Keine Chance. Die wollen nicht angreifen. Die haben, ja, keine Ahnung. Wies ich nicht warum. So. Auch wieder ein schöner Sprung. Vielleicht wäre es eigentlich mal klug, mal in den Kampf zu gehen, ohne... Oder mal abwarten. Uh, guck mal, guck mal, was da hinten ist. Ja, komm, jetzt gehen wir mal in einen spannenden Rundkampf. Sportball auf den Hinteren. Komm mal her. Shygeist, kommt her. Kommt her. Let's go. So, zack. Absturz. Die sind erstmal weg. Und die Flygeist... Äh, die Shygeist. Nicht Flygeist, sondern Shygeist kriegen wir auch ganz schnell hin. Ultrabonbon. Also die Bonbons sind sowieso das Beste, was man kriegen kann. Und Ultra ist dann noch besser. So, was macht... Ah, was ist das für ein blöder Angriff von euch? So, die haben wir weg. Interessanter Angriff. Da war ich jetzt nicht ganz vorbereitet. Oh, zwei tolle Treffer in einem Zug. Wow. Wow, wow, wow. Nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt hier schönes? Ein Kisto da oben zu retten. Alles klar. Kann ich hier hoch? Da kann ich tatsächlich hoch? Kann ich hier irgendwie noch? Ja, kann ich auch. Und hier weiter? Ja. Bis jetzt so klappt das. Okay, Ultrabonbon. So, wie komme ich zum Kisto? Wie komme ich zum Kisto? Da kann ich ja nicht einfach so hoch springen. Nee, das funktioniert nicht. Von dort aus vielleicht rüberwürbeln. Aber das ist doch zu weit. Oder nicht? Von dort komme ich. Ich meine, es ist zu weit. Aber probieren geht überstudieren. Hier rüber. Zack. Zack. Ah. So, zack. Und von hier aus rüberwürbeln. Mal gucken, ob es funktioniert. Das klappt. Okay, nice. Dann gehen wir schnell in die Traumwelt. Und retten das Kisto ganz schnell. Und dann können wir weiterziehen. Zum letzten Dösteil. Aber spätestens im nächsten Part haben wir dann alle fünf zusammen. Bedeutet, wir gucken dann, was mit der Pennehände ist. Ob die uns helfen kann. Und dann wäre ja das Gute, wenn wir dann auch direkt zu Bowser kommen könnten. So, Stachis. Das ist noch nicht so lange her, seitdem wir gegen Stachis gekämpft haben. Ja, ich wollte versuchen, die tatsächlich zu überspringen. Aber das funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Bei manchen Gegnern geht das aber hier nicht. Aber gut, dass Traumluji sowieso keine KP hat. So, dann, ja, zerstöre ich euch mal kurz. Okay, fast die Hälfte ist direkt down. Wisst ihr was? Dann mache ich nochmal einen Hammer. Mal gucken, wie viele jetzt drauf gehen. Alle. Nein, nicht ganz alle. Nicht ganz alle. Okay, die muss ich jetzt so kurz noch abwehren. Aber ich glaube, da... Reicht das hin, wenn ich das so mache. Genau. Der eine ist weg. Und dass ihr jetzt zwei Angriffe dafür braucht. So, zack. Und jetzt leben nur noch zwei. Und die kriegen wir jetzt auch weg. Hätte ich vorher den Sprung gemacht. Ich glaube, Traumluji hätte nicht alle bekommen. Würde ich mal schätzen. Naja, ich denke mal, ich habe das Beste draus gemacht. Und die geben trotzdem noch ganz gute EP. Dafür, dass es nur Stachis sind. Okay, dann der nächste Stachikampf. Äh, mal her. Mal her. Mal her. Oder einfach mal... Ne, eine Traumattacke lohnt sich nicht. Für diese schwachen Gegner. Das lohnt sich so gar nicht. Oh, schöne, tolle Treffer. So. Und dann noch ein Hammer. Yes. Ah, dieses Mal sind es Fünfer, die übrig bleiben. Oh, unser Ohren ist fast voll. Bedeutet, ich könnte eigentlich mal eine Heilung vertragen. Kommt her, Stachis. Das mache ich. Oh, gleich. Oh. Haha. Äh, gut, Heilung. Das sind jetzt noch 50%. Beim nächsten Mal haben wir dann 80% die Heilung. Was schon ganz schön krass ist. Das ist sehr, sehr krass. Gut, ein bisschen dauert es noch, bis es voll ist. Aber, ja. Haben wir jetzt den Ohren schon mal eingesetzt. Ist nicht so schlecht. Okay. Dann gibt es hier eine Silberstatue. Ich glaube, da haben wir auch schon von einer. Oh, die Blooper. Die Blooper. Die Blooper. Da haben wir noch eine Bonusaufgabe für die Blooper. Und das war noch ein erster Geruf mit Mario. Okay. Beim Blooper muss ich jetzt so richtig aufpassen. Ich fange erstmal mit dem Hammer an, dass die Stachis außer ihr fecht gesetzt sind. Könnte jetzt ein entscheidender Kampf werden. Hey. Okay, danke für die Münzen, aber nicht danke für die Stachis. Stachis, das war nicht nett. So, Schaden gegen die Stachis kann ich ja ruhig nehmen. Das ist kein Problem. So, jetzt, jetzt, jetzt aufgepasst. Oh, ich, ich muss erstmal das, okay, das habe ich verhauen. Leider. Ich muss erstmal wieder das Angriffsschema so ein bisschen herausfinden. So, so macht man das. Ist halt schon wieder ein bisschen her, seitdem wir gegen Blooper gekämpft haben. Das war in der Traumenwelt, bevor wir Peach irgendwo verstecken konnten. Auch immer mehr Stachis kommen hier. Was ist jetzt mit denen los? Ich glaube, ich sollte die Blooper mal besser angreifen. Beim nächsten Mal. Weil die Blooper, die schicken immer neue Stachis her und das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich so gar nicht in Ordnung. Oh, die Attacke, die mochte ich so gar nicht. Obwohl, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Macht schön Schaden. Okay, die, die muss ich schön trainieren. Runter, hoch. Nein, auch oben. Nein, jetzt ist Mario am Boden. Okay, er steht auf, sehr schön. Ich greife jetzt die Blooper an. Das ist mir dann doch ein bisschen zu dolle, dass die hier immer neue Blooper und so, äh, neue Stachis herholen können. Danke. Ja, komm, ihr greift jetzt auch schnell noch an. Macht mal, macht mal, macht mal. Ist das eigentlich eure einzige Attacke, liebe Stachis? Oder habt ihr noch eine andere Attacke? Das weiß ich gar nicht mehr. Obwohl es noch nicht so lange her sind, seitdem wir gegen sie gekämpft haben. So. Zack. Zack. Dementsprechend sind sie halt trotzdem noch aktuell, weil es halt auch nicht lange her ist. Wir waren ja erst am Strand. Level-Up für Mario. Yes. Level 29. Ja. So, das macht keinen Sinn. Vielleicht Angriff? Nee, macht auch keinen Sinn. Bart könnte man mal wieder erhöhen. Guck mal, da sind Fünfer mit dabei. Ich hab zu einer Fünfer bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war ein sehr erfolgreiches Level-Up. So, weiter geht es. Diese Viecher. Nee, gegen die möchte ich jetzt nicht kämpfen. Aber wir kämpfen gegen diese Viecher. Okay. Ja, stimmt. Die Traumwelt hier vorm Strand, die hatte ja extrem viele verschiedene Gegner. Was ich ja auch sehr, sehr gut an der Traumwelt hier fand. Ich bin doch sowieso einer, der alle Gegner besiegt. Also von daher, ich besiege der einfach jetzt. So ist es. So ist es. So, kommt her. Ja, ihr schickt eine neue hierher. So, zack. Zack. Oh, wie viele tolle Treffer dabei sind hier. Ihr müsst jetzt auch weichen. Tut mir leid, aber es ist halt so. Das ist halt so. Weg mit euch. Das ging schnell. Das ergibt jetzt, war doch eigentlich mehr EP als gedacht. So, wir sind angekommen. Eieiei, ist der groß, ist der groß. Warum ist der so groß? Hätten wir hier irgendwie eine Logition irgendwo herkriegen können? Das könnte möglich sein, weiß ich nicht. Kisse gerettet 33. So. Dann kann es direkt für uns gleich weitergehen. Ein paar Minuten haben wir noch? Die salzige Seeluft in dieser Höhle. So gut, sie endlich wieder in der Nase zu haben. Dank eurer Hilfe kann ich endlich wieder frei atmen. Ihr seid wahre Helden und euch gebührt ewiger Dank. Bitte, bitte, bitte. Und wir hauen ab. So, wo geht es denn überhaupt weiter für uns? Hier unten irgendwo. Da, da, da. Der letzte Raum. Wir kriegen es heute hin. Eventuell. Breit ein Ball durch diese Ringe bringt dies den Schatz in gute Dinge. Oh, das ist diese Ballaufgabe, was wir schon mal auf dem Pyjama-Gipfel hatten. Nur jetzt hier irgendwie. Ach du, ein hier. Okay, da muss man gut vorher schon nachdenken, wo geht es überhaupt lang. Sehr schön. Ähm, haben wir es geschafft? Irgendwie. Ja, aber auch nein. Wir gehen mal hier lang. Okay, hier gibt es nochmal sowas. Nein, nochmal zurück. Und jetzt. Let's go. Nach oben. Oh, jetzt ist es schwieriger, weil es... Direkt erstmal... Also, weil es nicht vorher sichtbar ist, wo man lang muss. So, da. Können wir mal das Ding zerstören? Dann haben wir da eine kleine Abkürzung. Und wir sind da. Wir haben es geschafft. Da ist sie. Ist das... Der Schatz. Das ist... Eines der Teile zum Bau des Multibets. Das Schlummerqualenbetttuch. Sehr gut. Ebrigens, ich finde auch schön, dass man dann... Oh, Pech gehabt. Oh nein. Oh nein. Aber ich wollte sagen, ich finde es gut, dass man nach dem Pyjama-Gipfel auswählen konnte, was man dann macht. Ihr habt uns direkt jaja geführt. Nee. Nee. Bis dann. Hey. Die haben uns einfach das Schlummerqualenbetttuch geklaut. Damit ihr auf der nicht durchkommen lassen. Wir müssen uns das Betttuch zurückholen. Nee. Nee. Wo sind die jetzt hier hin? Mario, Luigi, da drüben. Da sind sie. Da fliegen sie. Die fliegen raus aus der Höhle, glaube ich. Wenn sie die Höhle erst verlassen haben, erwischen wir sie nie. Lass uns sie nicht entkommen. Den Weg habe ich übrigens rausgeschnitten. Und sie sind weg. Na toll. Oh. Nein. Oh. Aber ich. Was für ein Tag mal wieder. Habt ihr etwa Zeit, Jungs? Ich muss mit mir einfach Luft machen. Ich habe eben diese... Eben den Sand für die Maulwurstjagd gehackt. Und dann... Zabam. Von hinten. Padam. Einfach so. Knall mir diese Kerle einfach so in den Rücken. Hab fast eine KP dabei verloren. Musste so einen Pilz einnehmen. Hä? Wie die ausgesehen haben? Schwer zu sagen. Aber die Kerle hatten definitiv was im Gepäck. Ah. Ihr wollt wissen, wo in diese Flachköpfe unterwegs waren? Hey. Hier sind ganz klein paar Münzen für mich drin. Och nö. Klar kann ich euch sagen, wo die hingegangen sind. Aber nur, wenn ihr bei... ...der Maulwurstjagd gewinnt. Nee. Jetzt ist... Ist jetzt allerdings etwas schwerer als Feuer. Wenn ihr trotzdem gewinnt, gebe ich euch den Tipp. Braucht ihr gar nicht zu meckern. Ihr könnt euch selbst aussuchen. Dann machen wir's. Wollt ihr in einen heißen, feuchten Heuerhofen nach der Nadel suchen? Oder wollt ihr die Nadel lieber schnell und einfach finden? Dann spielt mit meiner Maulwurstjagd. Wenn ihr euch entschieden habt, bei meinem Spiel mitzumachen, ich erwarte euch da drüben. Dann machen wir das. Machen wir jetzt sogar noch. Vielleicht wird der Part dadurch ein bisschen länger, aber dann ist es so. Dann ist es so. Das war ja beim letzten Mal schon nicht gerade einfach. Fangen wir an. So. Ich weiß jetzt... Ah, doch. Ich weiß noch, wie das geht. Stimmt. Gibt bronzene, äh... ...silberne und goldene Maulwürfe und die muss ich halt dingsten. So, da haben wir den 10er. Da haben wir noch einen 10er. 250 muss ich zusammenkriegen. Nein, das war nix. Auch nix. Da habe ich wenigstens die Gäunen. Da habe ich den 20er. Ah, der Block hat mich jetzt verwirrt. Der Block hat mich gerade sowas von verwirrt. Warte, warte. Der Block, den wollte ich gerade betätigen. Klar doch. So, warte. Ja, haben wir das? Die Gäune ist leider weg, aber es ist nicht so schlimm. Ich achte jetzt mehr auf die anderen. Auf das, was ich erreichen kann. Denke ich. Ach, das hätte doch einer hier werden können. Kommt her, kommt her. So, ja gut, dann machen wir halt. Das da. Das da. Das da. Was? Nein, 10 Punkte fehlen mir. Ah, und ich war doch ganz gut eigentlich. Ich war eigentlich ganz gut. Dann. Neuer Versuch, neuer Versuch. So, neuer Versuch. Ja, komm, gib mir einen neuen Versuch. Machen wir jetzt noch. Drei, zwei, eins. Go. So, zack. Nein, komm her, du. Blöder Maulwurf. Komm her, du. Ah. Der Gäune. Ja, der, der ist halt schwierig. Obwohl, hier geht's noch. Ey, ich, ich hatte's doch. So, haben wir den Gäune. So, hier, hier. Ja, haben wir den Gäune und den Silbernen. Da haben wir den Silbernen. Komm, nächste Fuhre. Ja, gib doch. So, hier, hier, hier. Yes, haben wir die drei. Sehr gut. So, wo machen sie lang? Da ist einer. Da ist, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Nice. Also, ich kann jetzt so... Ja, guck mal. Hier noch den goldenen 40 Punkte nochmal dazu. Keine Ahnung, was ich jetzt hier anders gemacht habe. Aber dieses Mal bin ich ja deutlich drüber. Diesmal haben wir's ja so was angeschafft. Ja, 330 Punkte. Nice. Sehr schön. Dann nehmen wir. An sich ein cooles Minigame. Ach man, ihr habt's geschafft. Alles klar. Ich sag euch, wo die Kerle hingelaufen sind. Aber wenn ich ehrlich bin... Ich hab keine Ahnung. Ach, du, du... Ah! Ey, das müsst ihr verstehen. Ich lag da im Sand. Da sieht man halt nicht viel. Selbst meine eigene Zukunft war vollkommen unklar. Aber... Bevor die Typen mich umgerannt haben, haben sie mich... Hab ich aufgeschnappt, was sie geredet haben. Und zwar, dass sie noch irgendeinen Flug erwischen müssen. Klingt so, als würden sie zu einem Flughafen. Und der einzige Flughafen, den sie von ihr erreichen können, ist der Flughafen Ladometer. Ah, da wo wir schon mal waren. Was meint ihr? Clever wie einer der Detektive aus diesen ganzen Fernsehserien, was? Nehmt die Worte, um zum Flughafen zu kommen. Und wenn ihr diese Kerle findet, schubbt sie für mich auch einmal in den Sand, ja? Machen wir, wenn der Sand vorhanden ist. Das machen wir aber dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020